Er zeigt mir aber keine Feinde an, ne? Sollte ich dagegen gehen oder soll ich die einfach machen lassen? Weiß es nicht. Und von hier treffe ich sie nicht. Und von hier treffe ich sie nicht. Weil nur acht Schuss ist auch übel, ne? Ne, neun Ich blute schon wieder, ey Warum lag da oben auch so viel? Das waren aber drei, ne? Ich sehe nur zwei Leichenpunkte Tüte, eine Bande Boah, schon wieder was soll ist weg Okay, das hat aber wirklich schon mal geklappt Auf die haben die da jetzt geschossen? Lass sie machen, die klären das schon Lass sie machen, die klären das schon Junge Schorik, Junge Okay, ich gucke gerade kurz um, bevor ich mit ihm quatsche Vielleicht habe ich danach ja nicht mehr die Möglichkeit Man weiß es ja nicht Schorik, Junge, hast du hier gar nichts? Immer wenn ihr redet, leckt der, ne? Scheiße Hmm Hmmmmmmmmmmmm! Ich überspringe das gerade mal ganz kurz. Wir sollten ja, denke ich mal, nicht zu spät wieder anfangen. Gucken, wenn der jetzt natürlich direkt wieder anfängt. Also gerade mal ganz kurz. Für die Tug, ne? Gerade ganz kurz einmal ins Hauptmenü und wieder rein hier. Wenn der jetzt natürlich gleich wieder anfängt bei der Sequenz. Weil der gerade geleckt hat bei der Sequenz. Das wäre natürlich schlecht. Die anderen beiden da drin hatten ja nichts. Oh, die Vibe habe ich gar nicht gesehen. Wohin? Das ist gut. Die machen wir mal full. Oh, die habe ich vorhin auch gar nicht gesehen. Oh, die habe ich auch nicht gesehen. Na gut, das ist nochmal... So, ich hoffe, der fängt jetzt nicht wieder an. Das ist ja natürlich scheiße. Der leckt schon wieder. Komisch. Das ist ja... Das ist ja... Ich bin, um ehrlich zu sein. Ja, habe ich so viel gemacht. Aber du hast definitiv ein paar Schmacken in deinem Tag genommen. Danke für meine Brüder. Ich könnte mich hier bewegen, aber... Du kannst mir eine Hand geben mit etwas anderes? Okay, wir hören uns. Es gibt vier von uns in der Boilerhaus, nicht weit von hier. Squint, Richter, Gloomy, and myself. Squint is the leader. Richter is his right-hand man. And we just joined Spa, uh, a group. Squint and Richter took off somewhere in the morning. And then me and Gloomy got ambushed by those bandits. I, uh, managed to make a tactical retreat. But the bastards took Gloomy. I don't know what they are doing to him, but I doubt they are throwing him a party. We need to rescue him and make those thugs regretted. Gloomy will find a way to return the favor. Was ich kurz anmerken muss, ist, dass es, äh, hier, wo, auf dem Monitor, wo ich zocke, butterweich läuft. Es lag nur im Stream. Es lag nicht beim Spielen. How many of those guys are there? About five, give or take. I have seen you in action. You can handle them easy. And if your conscience bothers you, trust me, they wouldn't have spared you or Gloomy if the tables were turned. All right. I'll do it. Ja, das ist nur halb so schlimm wie bei Silent Hill. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Es ist auch nur, wenn er mit ihm redet. Aber auch jetzt erst, ne? Vorhin, am Anfang, war das gar nicht so. Ah, naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass ich es gar nicht spielen kann. Weil man ja die letzten Male immer schon so ein Problemchen hatte, ne? Kann ich nicht mit dem Messer? Ah ja, doch. Ich muss ein bisschen Munition sparen. Okay, hier ist nichts. Okay, hier geht noch alles. Das ist doch nicht so viel. Aber ich tuk trotzdem, ne? Bevor ich doch irgendwas übersehe. Aber hier ist die Strahlung sehr hoch. Hier ist was. Siehst du? Heißt ja nicht, Julius, wenn du drei Häuser nichts findest, dass es im vierten nichts ist, ne? Das ist ein Panzer. Aber das ist es halt auch, ne? Du hast hier sehr viel, weil es ja Open World ist, sehr viel zu gucken. Können wir hiermit irgendwas machen? Kann man jetzt ein bisschen rumfahren? Hau ab. Hau ab. Mann. Oh, ey. Oh, ey. Jetzt blute ich wieder Ich weiß immer noch nicht so ganz Wie Ich habe hier zwar Schnellzugriffe Den nutze ich auf Q, den auf R Aber er zeigt für beide immer An Also für beide Seiten So Überhalten nochmal die Also hier waren wir ja gerade drin Na da werde ich wohl nicht hin Aber wir kriegen ja gleich ein bisschen was Schön Schön Nein, das lassen wir mit der Granate Geil, ich habe auch keinen Medikid mehr Kein Verband mehr Der ist down Scheiße, 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 scheiße Nein Scheiße Verblutet Verblutet Oh Gott, hier? Okay Der war schon, ne? Ja Oh, ich muss auch mal mit ihm quatschen Oh, naja Gut Ja, können wir uns jetzt überspringen Und er leckt Ähm Gut Hier War In einem Zimmer Irgendwo war hier was Hier Gehen Und die anderen waren ja leer Schnellzugriff Schnellzugriff Wieso? Wieso macht er den Verband jetzt nicht dahin? Ich weiß nicht, wie ich den Aber den kann ich auch zur Not da Da muss ich nochmal gucken dann Ich glaube die haben mich noch nicht gesehen Da kommt einer, ich sehe den Schatten Der ist down Drei Dann hat das Klappt, wenn es nur drei waren Ich will mich nicht drauf verlassen Sieht das schon aber rum aus, als wenn du tot gehst Okay, den hatten wir schon, ne? Okay, den hatten wir noch nicht Boah Boah Wo? Da oben. Ah, hier bin ich zu viel Strahlung ausgesetzt. Wow. Ups. Oh, scheiße. Oh, ich muss die looten. Die brauchen Verband wieder. Er hat keins. Kacke. Hallo Benjamin, grüß dich. Guten Abend. Oh, muss ich jetzt wieder da vorne anfangen, ne? Ne. Oh, sehr gut. Okay, jetzt am besten nochmal der Einfang, so wie eben. Hm? Hm? Untertitelung. BR 2018 Nee, der hat gerade besser geklappt. Ein Gleiche erst, ne? Scheiße. Hau, 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 schlag ihn! Fuck. Das muss doch irgendwie reingehen hier. Ich nehme mal die andere Waffe. Du bist viel nah. Oh, Mann, ey. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Berühren wir uns mal wieder. Ich ole nicht da. Wow. Ist das denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017